Hallo, ich bin Karan Degani. Ich bin vom Projekt CodeTor. Ja moin, ich bin Lukas Halfmann. Ich bin Benjamin Jürgens und wir stellen das Projekt Refugee-Kantinen heute hier vor. Hallo, ich bin Katja und ich bin Leonora und wir pitchen heute für die Refugee-Law-Klinik. Ich heiße Niki von Alvinsleben. Mein Name ist Claudia Frick und unser Projekt heißt Stitch by Stitch. Ich bin Lars Zimmermann und ich bin Stefanie Meier. Zusammen sind wir Fair Furniture. Ich bin Lars Mertens, 25 Jahre alt, Physikstudent und Gründer des Vereins W für Flüchtlinge. Mein Name ist Helene Weiß, ich vertrete hier Esther Rupin. Hallo, wir sind Micha und Mario. Wir kommen aus Erfurt und wollen in unserem Projekt Flüchtling im grünen Bereich eine berufliche Perspektive geben. In unserer GGMBH, die Social Garden. Hallo, ich bin Elke und ich bin Isabel und ich bin hier für das Sharehaus Refugio und ich bin von Querstadt ein. Mein Name ist Jennifer Klotz. Mein Name ist Rainer Klotz und wir sind hier für das Projekt Café Connect. Hallo, mein Name ist Martin und ich stelle heute Avenir vor. Ich bin Joan von MyGrade. Ich bin Ilke und gehöre auch mit zu MyGrade. Hallo, ich bin die Annette Jagst und das ist meine Wave-Partnerin. Hallo, ich bin Sabine Schlüter. Unser Projekt heißt Besser Essen verbindet. Hi, ich bin Helene Geritzen und wir sind hier mit dem Projekt DokumentArts im Internationales Filmfestival. Ich bin Zahan Samani, unterstütze Sie dabei und freue mich hier zu pitchen.